Hier ist der Elektro-Rammstein-Fan In seinem Karavan, ist ein Future-Man Aber trotzdem noch töten Deshalb wird es so fies, weil Das war knapp Weil man einfach manchmal die Fässer drüberspringt Und man sie nicht erwischt Das wird gut, das wird richtig gut Wo ich gerade hier bin Wieso habe ich die Bananen nicht ein? Und wieso habe ich jetzt gerade das Eisenfass? Und wieso habe ich die Bananen nicht ein? Und, ach, guck an Und Und, what the f... Und, und wie soll ich den jetzt bitte wegmachen? Oh Gott, dröhnt das Oh Gott, dröhnt das Oh, 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 okay Also wie soll ich den jetzt wegmachen, bitte? Leute, ich habe, ich habe so keinen Klassenschimmer Ist da irgendwo, da ist eine Mauer Da muss ich schneller sein, als das Fass Oder ich habe es, ich habe es, ich habe es Ja, so muss das sein Aber bei dem anderen habe ich immer noch keine Ahnung Wo ich keine Ahnung hatte Ich habe nämlich keine Ahnung mehr Bei wen ich keine Ahnung hatte Keine Ahnung Oh, 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 shit Na toll, ja genau Fall runter Ey, man macht runterfallen In dem Level so gut wie nie was aus Keine Ahnung Okay Ähm, hört man den Sound jetzt überhaupt? Und ich drehe wieder ein bisschen Oder bis der Bass kommt Dann drehe ich wieder zurück Oh, guck mal, Kitty Der macht Rollen Oh, wie süß Guck mal Oh, scheiße Komm, jetzt mach's mal Ja Wie ein Ball Ein dicker, kleiner, runder Ball Oh Oh, boah Wie? Das will ich dann nochmal in der Wiederholung sehen Oh, warte Okay Oh, nein GG Speicherfest Und wieso kommen da Fässer runter Die braucht kein Schwein Wahrscheinlich sind die weiter unten dann nützlich Oder Waren weiter unten Boah Wie jetzt? Nützlich Mit Auswassernehmen gemacht Aus Nitroglycerinholz Explodieren immer Egal wo sie rangehen Das Nitroglycerinholz Jetzt Das meine ich vorhin Jetzt hüpft doch hoch Oh, Gott, das dröhnen wieder Entschuldigt, Leute Ich will nicht, dass meine Mutter reinkommt Das ist natürlich blöd Das ist ja schon öfter passiert Oh, Gott Okay, viel Spaß Oh, nein Okay, das leverere ich mich jetzt schon auf Hüpf, hüpf, hüpf Und, und, und Doch, fick dich Schaff ich noch nie Okay, nochmal Hüpf Nein Oh, Gott Das ist Es ist so Hüpf Und Ja, Gott, nein Aber jetzt Aber jetzt Aber, nein Das ist doch einfach unmöglich Nur Oh, ich hab's Okay, wo muss ich hin? Links, rechts Ich gehe kein Risiko ein Ich gehe links Ey, cool Oh, oh, shit Wie mache ich das? Frag mich nicht Ich hab keine Ahnung Es ist Glück Es ist pures Luck Ähm Aber ich will nicht nach oben Ich will vielleicht nicht nach oben Ich würde eigentlich das N hier einsammeln So, jetzt gehe ich aber nach oben Also Ach, verstehe Okay, jetzt Und zack, ja Das Nitroglycerin fast explodiert Nicht Oh, Gott, der Vogel Ich hab noch einen Vogel Wow Boah Sauknapp Der Vogel ist sehr wichtig Um Zeugs zu sammeln Ah, da, 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 da Verflucht Ey, wo kann ich landen? Wo kann ich landen? Ich bin nicht komplett runter Nein 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 Scheiße Wo bin ich? Wo bin ich, bitte? Oh mein Gott Ey, nein Nein Ich mag das Level nicht Ich mag es absolut nicht Hoch, hoch, hoch Und hoch Ja Ey, mein, das hab ich geschafft Das war eins der schwersten Stücke An diesem Scheiß Level Du, 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 du Und die Musik ist Oh, 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 oh Oh, Mann, wo ist jetzt eigentlich hin? Achso, da hoch Okay, gut Jump Shoot Shit Shit Shitty Shr Shr Shurikens Oh, boah, knapp Okay, jetzt will ich aber nicht nochmal runterfallen Es hat mich vorhin gerade so übelst genannt Da, die Dinger kann ich mit dem Vogel viel besser sammeln Könnte ich zwar auch mit den Kong sammeln Wenn nicht einfach die, ähm Kong-Tragen-Taste verwenden würde Wie kann ich da durch? Ah, ja, okay Ich sehe schon Ich wollte nur gucken, ob die Biene die Kongs trifft Okay, das war sehr leicht Ah, okay Zum Nachladen bitte die Nachladen-Taste drücken Entschuldigung Ja, zwei Leben Hui Wir haben ja noch nicht genug Oh, fuck Ja, natürlich verarsch mich Spastikas Okay, gut Das passt Das passt muss ich bestimmt da irgendwie durchbuxieren Ja Das ist bestimmt da hinten irgendwo nützlich gewesen Umsonst sind die zwei nicht da gewesen Okay Okay, ich blöber Ich habe gemerkt, dass da eine Safe Cave ist Ich muss einfach nur noch hier nach rechts drücken Ach, verflucht Das Thema trainieren muss Ich möchte hier nochmal Super Mario 64 spielen Hören Da hätte ich sogar einen N64 Ein sehr verpixelter N64 Boah, sieht das geil aus Oh yeah Das Level macht mir jetzt schon Spaß Ich kann mich daran kaum noch erinnern Wie gesagt, halb blind Ich schreibe es noch nicht dazu, weil es nicht wirklich sehr halb blind ist Es ist nur zum Dreiviertel blind Oh mein Gott, das Level ist jetzt schon mal saugeil Und die Musik Hammer Stimmt Wow Was ist denn Oh Fuck Was willst du damit bezwecken? Oh Oh mein Gott Okay, das Level gefällt mir gar nicht Gar nicht gefällt mir Oh mein Gott Shit Das Level ist schon mal scheiße Oh mein Gott Ey, aber was geil an Donkey Kong ist Oh mein Gott Die denken sich echt immer was Neues aus Für jedes Level irgendwas Neues Es gibt kein Level, das so ist wie das andere Die Entwickler, die sind einfach so Götter Darum liebe ich Donkey Kong Country auch so sehr In allen anderen Donkey Kong Country-Time-Wise auch ungefähr so Zumindest beim zweiten Beim ersten haben sie sich noch ein bisschen schwer getan mit dem Entwickeln Oh Oh shit Boah Hinter so einer Mauer ist, glaube ich, irgendwann mal ein Gegner Das soll ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger vorgehen Ich will hoch Ich bin eine Spinne Wow Okay Geht's noch höher? Höher Nee Fuck Oh, verbiss dich bloß Ich hasse dieses Level irgendwie Und irgendwie finde ich es auch total cool Ich kann das Oh mein Gott Bärmünze Die will ich, die will ich, die will ich Das will ich, das will ich Das will ich Äh, äh, stirb doch Äh, stirb doch Bam, 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 bam Wieso singe ich die scheiß Musik dauer nach Oh mein Gott Wie das einfach aussieht Wie das einfach aussieht, wenn die Biene getroffen wird Äh, die Biene, ja klar Die Spenne Die Spenne Stirb bevor ich sterbe Gut Wow Stirb nicht vor mir Wow Ich brauche ein Donkey Wow Da war der Bastard Scheiße Was mache ich? Ich bin so dumm Ich bin einfach blind voraus Oh Gott Das Level ist so zum Kotzen Höher Ich muss an Höhe gewinnen Oh mein Gott Muss ich damit jetzt wirklich hoch Oder verarschstimmig Oh, wie eng geht's denn noch? Oh, ein Glück Das Ding hab ich nicht